Markant verkannt, wenn ich bitten darf Das ist ein komisches Lagerhaus, glaube ich Ah ja, das verkenne ich Das ist doch das Pumpenteil, Alter, ey Tut kann sein, dass das Pumpenteil ist Pumpenparadies hoch 10 ist, Alter Ich meine, hast du keine Pumpe genommen, wie ich gerade gesehen habe? Ich nicht Ich habe auch keine Pumpe genommen Frei für alle Alles ausschalten, das sich bewegt Das ist nah als der Arschloch Ich habe dich gehört, was kann ich denn dafür? Vor allem, was ist das für ein Spawn? Du spawnst direkt neben mir Echt? Du bist direkt neben mir gespawnt, du warst links neben mir Sollen wir mit oder ohne Schleichen machen, weil sonst laufen wir die ganze Zeit jetzt geschlichen rum? Ich weiß nicht, wie Ich werde vielleicht auch die kleine Reiflohn sein, da Ich zeige doch keine Ja, das bin echt Das ist gar nicht Dann bis zum Beispiel Ich werde keine Leiflozen sein, aber Ich mach jetzt ohne das scheiß Schleichen, gibt mir so oft einen Sack, weil das viel zu lang ist Ich tausche die ganze Zeit hier rum, Alter, ich weiß wo du bist So, was ist das jetzt? Ja, ich habe es gehört Ja, ich habe es gehört Scheiß, total viel Spaß, Alter! Warte, warte Problem damit, hm? Nix, Alter Alles los, hm? Nix, alles okay Ah, best geil, ist halt auch am Start, ey Ja Oh Snipe Hä? Das will ich mir mal angucken, wie? Ich hab deinen Arsch gesehen, Alter Oh, der ging da zur Seite raus Nein, scheiße Okay, live Oh Gott, seuf Ja, natürlich, Alter Was ist los? Was ist los, weißt du? Hast du ein Problem damit, hm? Hast du ein Problem damit, hm? Ja, 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 ja Das ist unfassbar, der wurde genervt, ne? Ja, ja, richtig krass Ja 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 Feindliches, persönliches Radar in der Luft Ja Hä? Ah, da ist schon Ghost drin, na? Ja, ganz klar, ey Ich bin ja nicht dumm Das ist unfassbar Wo bist du, hm? Ey, wo bist du denn, ey? Keine Ahnung Ich glaub, wir laufen grad die ganze Zeit nur zur Wahl Ich bin jetzt im Flur von dem Haus Wie sie sich vielleicht gehört haben An der Tür Ist der Black Ist der Black Ist der Black Ich hab sie grad laufen hören Dann hör zu Gib mir einen Headdy in den Arsch, bitte Ja Ich weiß, dass du irgendwo im Haus bist, aber ich weiß nicht wo, ey Nein, ich bin außerhalb Gerade Ich hab grad doch gehört, wie du in den Scheibe kommt gegangen bist du Arsch, ey Junge, das ist ein normales, random Geräusch Was willst du eigentlich? Ja, ein random Geräusch ist das, oder? Ja Die call it random Hallo Du bist so ein Wichs, Alter, ey Ich bin in Hurensohn, ich weiß Warte, ich krieg die Schade, ey Ich weiß, dass du mich kriegst Das ist ja das Problem, das ist ja meine einzige Chance gegen dich, ansonsten würde ich ja hartnlos verlieren Ja Das fehlt, Alter Ja Das war jetzt, das war jetzt schon Ich bin in Hurensohn Ich bin in Hurensohn Ich bin in Hurensohn Ich bin in Hurensohn Warte oder so? Das ist ja gut Wie mehr davon? My loneliness Is killing me I must confess I still will leave When I gonna die Oh my Give me a sound Wo bleibst du? Ich brauche den Drop. Komm hier hin. Wo bist du wieder, Alter? Ich renne gerade quer die ganze Zeit durchs Haus. Und so, weil er ist so, Alter, mein Junge. So, weil er ist so. Oh, Junge, das wollen wir hin. Ich hab dir voll in hell gegeben, Alter, loi. Was ist da los? Oh, der Totenschüller hat er zu. Moment mal, du hättest ja auch Totenschüller holen können. Was hab ich die dumme Emotionen? Ich hab keine Scheiß-Dings-Reingestellt. Nein! Das war's. Ich hab's nicht mal gesehen, Alter. Fairplay. Das wird fast wahr, Alter. Du musst aber jede Taktik. Jede Taktik, Alter. Das wird fast wahr. Lass mich da auch. Ich bin halt ein taktischer Spieler, man nennt mich auch den Taktik-Fox. Junge Kloppe. Junge Kloppe will mich schon für Dings haben. Für Best Taktik. Ich sagte, ich bin der Killer. Ich hab mir das erste Mal, wo du gespawnt bist, doch auch schon. Hm? Ich hab mir das erste Mal mal sagen, wo der gespawnt ist. Junge Kloppe? Ich glaub, in Mainz ist der gespawnt. Ich hab mir nicht ganz sicher. Ich hab irgendwas gehört, Alter. Das ist gut. Aha, der hat doch schön hinten in der Ecke gegammelt. Wunderbar. Du hast einen schönen Arsch, was ich da bekommen hatte. Du kriegst immer einen Arsch, Alter. Irgendwie. Kann das sein? Ja, Junge. Ist okay. Komm, alle, ne? Alle. Alle. Aha, ich versuch's ruhig wieder aufzutreffen, ne? Hätte aber ne Blendgranate. Okay. Jetzt stehst du, du standst jetzt ernsthaft die ganze Zeit vor dem Haus rum. Du, das ist so ein Wasser, du stehst da die ganze Zeit in der Ecke. Was ist da los? Ich kämpf wenigstens nicht. Ich war auf der Seite, ich war auch nicht auf der Seite, ich war auch nicht auf der Seite. Ja, ist super toll. Lauf mal durchs Haus die ganze Zeit, wie ich. Ah, ja. Du hast doch schön eine Rakete in die Fressen bekommen, Alter. Kannst du glücklich sein? Hallo, hallo, Schlaufe. Hallo, Schlaufe. Ist doch gut. Du hast die Pumpe dabei gehabt, über Hardware. Junge, das ist keine Pumpe gewesen, das ist ein Sturmgewehr gewesen. Meisterleistung. Mach wieder Heli, der springt. Macht das. Oh, krass, der Heli. Kann das denn sein, Tobi? Keine Ahnung. Was sagst du's mir? Ich kümmere uns den Raketenwerfer raus und das Ding abwoddern. Hm? Dump! Junge, ich hab nichts gesehen und auch einen Hitmarker irgendwie an dich gebracht. What the fuck? Ich hab nur über die Tour gepasst und eingeräumt. Okay. Ah, fuck, Alter. Das sind eigentlich die M4 hast du genauso eingeräumt, wie du sie online spielst. Ja. Da war der Flasch. Da war. Nein, du Wichser, Alter, ey Haha, da bist du normalis auf Start, ne? Name-Bild, nimm doch Geist, du hast bestimmt ne Geist-Klasse, ne? Ne Die Kohle im Ghost Verriesen Oh, Mr. Sniper Mr. Sniper Camp jetzt nicht Oh, das war aber knapp, Alter, ich hab dich glaube ich noch fast bekommen Hm, das war schon gut blutig, der Scream, der war schon schön blutig, ey My Loneliness is killing me Mr. Black, bitte kommen Sie her, Notfall Notfall Kommen Sie bitte schnell Kommen Sie, danke Ah, jetzt hat er die Pumpe am Start gehabt, ey Junge, warum, ich hab heuer auf mit dem Scheiß rumlaufen, ey, das ist doch scheiße Ich benutze die Totenstunde auch nicht mehr Der hat eigene Pumpe bekommen, ja, mir gefällt dir das, ne? Ganz gut Oh, ich spiel jetzt nicht mehr mit Pumpe, das ist nämlich lame Weintliches, persönliches Radar in der Luft Weintliches, persönliches Radar Halaladadadadadadadadada Ganzhaft, sonst leide ich rein und du stehst genau auf der anderen Seite, das ist doch nicht wahr Siehst du das hier? Ich mach grad mal abeln Ha? Ha? Nix Oh, ich mach jetzt mal den krassen Move, pass mal auf, ey Feindlicher Clusterschlag im Anflug, Entdeckung Mach dat Krasser Move Kannst du mal grad kommen? Ohne Scheiß, komm mal grad Komm mal, komm mal, komm mal grad hierhin Ich bin da Guck dir mal bitte die Leiche an, schmack die bei dir auch so rum Bei mir, schmack die hier an der Lampe total rum Ne, warum ist die hier? Hä? Wieso ist die da? Warum? Keine Ahnung, aber 3 geht weiter, 3, 2, 1 Hast du gesagt auf 3, oder ne? Auf 2, ne? Fehlzündung hab ich bekommen, also warum? Keine Ahnung, ich weiß, dass ich irgendwie immer so reinlaufe, dass ich in deinem Sichtfeld bin, aber du nie in meinem Sichtfeld bist Ja, endlich mal Jetzt mach ich mal einen Quickscope machen, Alter, jetzt mach ich mal einen Quickscope machen, das funktioniert Ich sag dir jetzt, wenn das geht, ey, wir machen jetzt Sniper-Battle, ja Quickscope-Battle, komm mal ran Hä? Ah, bis 20, ne? 20, ja, ne? Noch 4 Kids Boah, ey, ohne Scheiß, die müssen das schnelle Anvisien wieder hier reinbringen Wo ist Sparobaster, ne? Ich bin am Haus, ich bin am linken Flur Da hab ich zumindest grad hin Das war 100 von No-Scope, ich sag jetzt, ich sag jetzt, ich guck jetzt nur mit Wiederholung und Das war so klar, dass das ein No-Scope ist, das war so klar Ha, 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 ha Ha, 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 ha Bitch, dat ist ein Quickscope No, ey, wo warst du überhaupt? Ich hab dich gar nicht gesehen, Alter Wie hast du mich denn da noch getroffen, what the fuck? Ich war schon längst mit der Ecke, wo du geschossen hast Ja, das war ein Saal, das war ein Saal, ja, komm, diese Wiederholung, dann sehen sie auf einmal, oh, ich war ja doch jetzt, wie ich, äh, war doch mal gefailed Dann müsste er Trapp mal einen Kill, einen Sniper-Kill lassen in seiner Karriere Ah, du willst die Kill, oder? Kannst du mal grad zurückkommen? Danke Das war zu gut Verdammt Kannst du mal zurückkommen, boop, bumb, wunderbar, vielen Dank Komm, jetzt macht er deine scheiß Killzacher, ey, ich will mal gleich an cuzob mal ein voirer を利用す Macht deinen komischen No-Scope, ich mach übrigens kein No-Scope Das ist unfassbar, das ist unfassbar, das ist unfassbar, ich wollte es eigentlich mit dem Dings fahren, Alter, mit dem geilen Move, aber es geht nicht mehr. Dein übernächster Kill ist dein Final Kill, da musst du dir Mühe geben. Mach den Move. Mr. Black, komm, Mr. Black, kommen Sie her, ich hab ja was für Sie, ich hab ne Lieferung, ich hab ne Lieferung. Ah, ne Lieferung! Ok, jetzt, jetzt will ich, aber jetzt will ich den, jetzt will ich 360. Hä, wo hast du da hingeschossen? Ich hab geschlagen, Alter. Ne, du hast da eben irgendwo random in die Luft geschossen. Hey, ich meinte, ein 360 müsst ihr erledigen. Mach das. Ja, ich darf ja weitermachen. 360. Ich werde die Mauswürdigkeiten ein Stück höher drehen dafür. Mr. Black, Sie sind da vorne, ich hab's gehört. Kommen Sie hier in der Ecke. Ne, doch nicht, in der erste Ecke. Ein Hitz, kommen Sie bitte zurück, dankeschön. Nochmal zurück, danke. Ja, aber der Brumpe ist ja auch lame, Alter. Boah, dann... Ja, dann nehm ich... Ne, ich hol die, ich hol die Diegel, ich hol die Diegel, ich hol die Diegel. Oh, fuck. Kriegst du überhaupt nen 360 hin mit deiner Empfindlichkeit? Ja, krieg ich das hin, Alter. Oh, man. Jürgen, wir waren da... Wir waren da so lang, bis ich meine 90 kills habe, dann machen wir eine 360-Battle, bis eine 94-60 hat. Komm! Im Gang! Komm, Alex! Oho, das war schon fast gewesen, der Teil. Na, der Wix, ich wusste, was er jetzt maustert. Hast du total gesehen? Ja, die Wiederholung. Da hab ich aber so ein 360-Macher, der sagt BÄM. Was der Buh. Da. Ah, der hat Geist gehabt, ne? Oh, jetzt hat er irgendwie die Pumpe dabei, du Arschloch. Nein, ich hab keine Ahnung. Nein, du hast ja voll die Fresse geschossen damit, ey. Und der Meldetiegel hat keine Muni mehr. Ja. Ja, ja. Ja, ist so. Ah, hat er hier. Oh. Ah, der ist scheiße, der 360. Wir machen nur Schwuchten eigentlich, die dann. Was soll das denn heißen, ha? Ja, mit der Pumpe hab ich doch zero chance, ey. Come on. Komm, wir machen jetzt bis zum Final Cut. Ja, ich mach jetzt normal, Alter. Ist mir egal. Ich hab jetzt ein Handy und erwartet. Okay. Okay. Curse. Wenn du kämpst da einfach. Mit der Kleid. Wenn du gewinnst, dann darf ich dich nicht gewinnen. Das kannst du aber knicken, Alter. So haben wir jetzt, ey. Palliolo. Hallo, Sam. Palliolo. Komm. Komm in den scheiß Flur jetzt, so Pussy. Pussy Sniper, ich weiß es nicht. Ich hab doch keine Sniper. Mann. Ich hab deine scheiß M4 oder was auch immer das ist. Was ist da jetzt, ey? Was ist da jetzt, ey? Ich hab's wenigstens fair gewonnen. Am Ende. Spacko Bastard, ey. Richtig Spacko Bastard. Wie er das schon gewartet hat. Wie er das schon gewartet hat. Ich hab doch auch nicht gewartet, Alter. Ich bin da rumgegangen, Alter. Ah, YouTube freut euch drauf, das zu sehen. Das beste One on One ever. 26 Minuten. Krass One on One. Gut.